Als ich aufwuchs, wollte ich nur berühmt werden. Jeden Tag verbrachte ich stundenlang auf Instagram und beobachtete diese perfekten, hinreißenden Frauen, wie sie erstaunlichste Bilder veröffentlichten. Ich liebte ihr Aussehen und die Aufmerksamkeit, die sie von anderen Menschen erhielten. Jedes einzelne ihrer Bilder hatte hunderte und tausende von Kommentaren und Emojis. Ich war so neidisch auf sie. Sie hatten alles, was ich mir wünschte. Wisst ihr, als ich aufwuchs, war ich ein bisschen pummelig. Das ist aber eine Lüge. Ich war nicht nur pummelig, ich war wirklich dick. Ich hasste das Wort dick. Es würde mich aber gut beschreiben. Alle in meiner Familie waren super dünn und hübsch. Mama hatte immer Sachen zu mir gesagt wie, Liebling, ich weiß einfach, dass unter deiner Haut und deinem zusätzlichen Fett ein wunderschönes Mädchen ist. Und das Schlimmste daran, sie lächelte mich immer an und tat so, als wollte sie fürsorglich sein. Also ja, meine Familie hat mir nicht gerade mit meinem Selbstvertrauen geholfen. Für sie war das körperliche Erscheinungsbild wichtig und ich merkte, dass es meinen Eltern irgendwie peinlich war, mich vorzustellen. Aber bevor wir mit diesem Video weitermachen, drückt doch auf Abonnieren und aktiviert die Benachrichtigungsglocke. Dadurch könnt ihr 20 Jahre länger leben. Vertraut mir, es funktioniert. Mama hat oft versucht, mich davon zu überzeugen, eine Diät zu machen. Aber wie ihr seht, hatte ich nicht die Willenskraft, es wirklich durchzuziehen. Sicherlich würde ich am Montag anfangen, mich gesünder zu ernähren, aber am Freitag bestellte ich bereits eine große Pizza mit extra Peperoni. Papa machte auch verletzende Witze über mein Gewicht. Ich würde meiner Tochter sagen, dass sie abnehmen muss, scherzte mein Vater oft, wenn wir in der Öffentlichkeit waren. Aber sie hat schon genug auf dem Teller. Und zu all dem Überfluss beendete er das Wortspiel mit dem nervigen, kapiert, hast du es kapiert? Nun, ich glaube ehrlich gesagt, er glaubte, dass es nur ein unschuldiger Spaß war und dass es niemanden verletzte. Aber ich habe mich in so vielen Nächten in den Schlaf geweint. Also ja, alle sahen umwerfend aus, aber das half mir überhaupt nicht. Ich verbrachte all die Stunden eingeschlossen in meinem Schlafzimmer, stöberte mein Instagram-Feed durch und stellte mir vor, die Frauen seien so pummelig wie ich. Ich fühlte mich dadurch nicht mehr so alleine. Und mit der Zeit wurde ich allmählich besessen von meinen Lieblings-Instagram-Models, um ehrlich zu sein. Ich weiß, ich weiß, ich hätte lernen sollen, mich selbst zu lieben, aber ich konnte es einfach nicht. Ich wollte wie diese Models sein. Ich wollte die Aufmerksamkeit. Ich wollte unbedingt berühmt werden. Ich kann nicht einmal alle Stunden zusammenzählen, die ich damit verschwendet habe, nichts zu tun, untätig auf dem Bildschirm zu starren und stellvertretend die IG-Feeds fremder Frauen zu durchleben. Und ich erinnerte mich auch dran, wie cool und amüsant ihre Untertitel waren. Das war wirklich die halbe Bedeutung ihrer Bilder. Mit einer schlechten Bildunterschrift konnte sogar das beste Foto völlig nutzlos werden, wisst ihr? Ich wollte so schön, cool und kreativ sein, wie sie alle. Schließlich passierte was, das das Fass zum Überlaufen brachte. Ich konnte es nicht glauben, als mich niemand, und ich meine, absolut niemand bat, mit ihm zum Abschlussball zu gehen. Sogar die unbeliebtesten Mädchen in der Schule hatten ein Date dafür. Ich musste wieder alleine gehen oder zu Hause bleiben. Ich beschloss mir, die Verlegenheit zu ersparen. In dieser Nacht fühlte ich mich elend und erbärmlich. Ich wusste, dass alle auf dem Abschlussball sind und die Musik genießen. Alle tanzten und küssten sich. Aber ich? Oh nein, ich saß vor dem Laptop, durchstöberte Instagram und aß löffelweise Eis. Das war, als ich meinen Tiefpunkt erreichte. Ich sah mein Spiegelbild auf dem Bildschirm meines Laptops und entschied, dass ich so nicht länger leben will. Ich wollte hübsch und dünn und beliebt sein, wie diese Mädchen, die nach ein oder zwei Tagen nicht aufgeben. Ich würde meine Bikini-Figur bekommen und genauso toll aussehen wie meine älteren Schwestern oder noch besser. Also fing ich an, vielen Instagram-Models zu folgen und las über ihre Diäten und Übungen, auf die sie schworen. Als ich eine fand, von der ich dachte, sie würde zu meinem Stil passen, blieb ich für immer dabei. Jeden Morgen bin ich gelaufen. Eigentlich bin ich überall hingelaufen. Wenn ich zur Schule musste, joggte ich dorthin, anstatt den Bus zu nehmen. Wenn meine Mutter mich zum Einkaufszentrum brachte, lief ich auch und wenn ein Ort zu weit weg war, benutzte ich stattdessen ein Fahrrad. Ich weigerte mich, frittiertes zu essen und beschränkte meine Mahlzeiten auf Gemüse, mageres Fleisch und von Zeit zu Zeit ein bisschen Kohlenhydrate, um die Dinge auszugleichen. Trotzdem aß ich nie Kuchen, Keks oder Brot. Wenn ich Nudeln aß, stellte ich sicher, dass weit mehr Gemüse auf dem Teller war als Nudeln. Glaub mir, wenn ich sage, dass es überhaupt nicht einfach war. Ich wollte jeden Tag Süßigkeiten essen, aber ich weigerte mich. Ich erlaubte mir einen einzigen Schummeltag pro Monat und hob ihn mir für ganz besondere Anlässe wie meinen Geburtstag oder eine große Party auf. Den Rest des Jahres bin ich nicht ein einziges Mal von der Diät abgewichen. Ich war entschlossen, schön und schlank zu sein und das war es, was ich erreichen würde. Meine Mutter war so stolz auf mich, auf diese neu entdeckte Entschlossenheit. Aber ich war nicht allzu begeistert. Ich dachte nicht, dass es in Ordnung für sie war, mich zu billigen, wenn ich dünn aussah, wisst ihr? Als ich das Gefühl bekam, dass mein Körper wirklich anders aussah, beschloss ich, mein erstes Bild auf Instagram zu veröffentlichen. Es war ein Vorher-Nachher-Bild, das zeigte, wie ich aussah, als ich mit der Diät angefangen hatte. Es gab nur ein großes Problem. Ich konnte mir nicht vorstellen, welche Beschriftung ich für mein Bild verwenden will. Nachdem ich so viel Zeit in sozialen Medien verbracht hatte, wurde mir klar, wie wichtig es ist, eine ideale Bildunterschrift zu haben. Ich glaube, ich muss eine Stunde damit verbracht haben, über verschiedene Alternativen nachzudenken. Und dann hat es funktioniert. Ich fand eine App namens Captions Now. Ehrlich gesagt war ich skeptisch, aber Freunde hatten sie mir empfohlen. Stellt euch meine Überraschung vor, als ich merkte, dass Tonnen und Tonnen von Untertiteln zur Auswahl standen. Ich meine, die Liste schien nie zu enden und es gab großartige Auswahlmöglichkeiten. Also habe ich einen aus der Liste verwendet und sofort wurde mein Beitrag sehr beliebt. Die Leute haben Kommentare und Likes hinterlassen. Ich war so aufgeregt und beschloss weiterhin Bilder von meinem Fortschritt zu veröffentlichen. Zuerst habe ich immer wieder versucht, eigene Bildunterschriften zu erstellen. Aber ich war einfach nicht gut darin. Ich habe die App Captions Now immer wieder geöffnet und die ideale Alternative gefunden. Mit der Zeit hörte ich auf, hin und her zu überlegen und öffnete die App sofort, wenn ich ein neues Bild hochladen wollte. Ich habe auch Bilder von dem gepostet, was ich gegessen und wie ich trainiert habe. Und die Leute haben es geliebt. Die Untertitel, die ich verwendet habe, haben meine Beliebtheit gesteigert. Innerhalb eines Monats hatte ich 30.000 Follower. Ich konnte es nicht glauben. Also habe ich weiter superhart gearbeitet und Erfahrungen im Umgang mit meinen Instagram-Fans gesammelt. Mir wurde klar, worauf sie am meisten Lust hatten und welche Art von Bildern die meisten Kommentare erhielten. Ich wurde sogar von einigen Marken gesponsert und das ermöglichte mir, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe nie aufgehört, diese wundervolle App zu benutzen. Captions Now hat mir so viel Zeit gespart und das Hochladen meiner Bilder vereinfacht. Nun, es gab aber auch Nachteile. Ich war vorher ein bisschen naiv und hatte irgendwas erwartet, dass alles wundervoll sein würde. Aber Junge, ich habe mich geirrt. Ich wette, ihr fragt euch, wie ich heiße. Ich kann es euch nicht sagen, es tut mir leid. Ich habe gelernt, meine Privatsphäre ein bisschen mehr zu schätzen. Ich wollte diese Geschichte unbedingt loswerden, aber ich möchte nicht, dass die falschen Leute dieses Video mit mir in Verbindung bringen, weil es gute, respektvolle Fans gibt. Und dann? Nun, dann haben wir auch diese Creeps. Und Junge, die ruinieren die Erfahrung für alle anderen. Ich bin wegen ein paar schwarzen Schafen so vorsichtig geworden, Fans zu treffen. Zuerst bemerkte ich, dass Jungs mich anstarrten, während ich im Fitnessstudio war. Ich wusste nicht, ob sie mich für heiß hielten oder wegen Instagram erkannten. Aber ich fand es schmeichelhaft. Aber nach einer Weile fühlte ich mich unwohl. Denn sie sahen mich nicht nur so an, wie normale Typen es tun. Wisst ihr? Ein kurzer, anerkennender Blick. Sie starrten. Sie gafften. Es war so komisch und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war in einer großartigen Form und sehr stolz auf die Ergebnisse all meiner harten Arbeit. Ich mochte es, wenn Jungs mich anmachten und mein Aussehen schätzten, wisst ihr? Aber nicht respektlos oder gruselig. Dann gab es da die obsessiven Fans online. Leute, die meinen DM-Posteingang mit einer lächerlichen Menge an Nachrichten bombardieren würden. Als ich sie blockierte, erstellten sie ein neues Konto und sagten mir etwas wie Oh, Instagram muss es vermasselt haben. Ich glaube, das System hat mich versehentlich blockiert. Ähm, nein. Ich hab dich blockiert, weil du mir gerade ekelhafte Nachrichten geschickt hast. Ich wollte nichts davon sehen, weißt du? Da war dieser eine Typ, der noch schlimmer war als alle anderen. Die meisten Fans gaben nach einer Weile auf, wenn ich sie ignorierte. Akzeptierten sie die Tatsache, dass ich nach einigen Monaten nicht interessiert war. Dieser Typ? Nein. Und dann passierte das Schlimmste. Ich fing an, ihn überall zu sehen, wo ich hinging. Zuerst wusste ich nicht, dass er es war. Immerhin hatte ich diese verrückten Fans noch nie getroffen. Aber sie waren wirklich überall. Ich fing an, den gleichen Mann zu sehen, egal wo ich war. Ich überprüfte meinen Feed und zählte eins und eins zusammen. Ich habe versucht, den Supermarkt und die Bank zu wechseln, die ich besuchte. Aber er ist selbst da aufgetaucht. Ich war es leid, dass er ständig mein Schatten war und beschloss, ihn zu konfrontieren. Ich fragte diesen Kerl, warum er mir folgte. Und er spielte dumm. Wisst ihr, was er gesagt hat? Oh, das ist nur ein Zufall. Ich wollte dir nicht folgen oder so. Ich glaubte ihm nicht und begann jedes Mal zu dokumentieren, wenn er versehentlich auf mich stieß. Es war jeden Tag, als hätte er nichts anderes zu tun, als darauf zu warten, dass ich vor meine Tür trete. Schließlich hatte ich genug Beweise, um eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Und der Richter stimmte dem zu. Das hat dem Stalker nicht wirklich entmutigt. Aber zumindest konnte ich die Polizei rufen. Er behauptet immer wieder, dass das alles ein großes Missverständnis ist. Und dass es nur ein Zufall ist, sagte er auch den Polizisten jedes Mal. Ich fing an, wirklich auszuflippen, da ich nicht weiß, wie weit er die Dinge bringen wird. Deshalb habe ich beschlossen, meinen Namen in diesem Video nicht zu teilen. Das ist die Geschichte darüber, wie ich auf Instagram berühmt wurde. Was wirklich cool war und es mir ermöglichte, meinen Lebensunterhalt mit all dem zu verdienen, was ich liebe. Es hat auch mein Selbstvertrauen massiv verbessert. Aber naja, Ruhm hat auch Nachteile. Ich möchte nur, dass die Leute wissen, dass es sich nicht immer lohnt. Wenn ich es noch einmal machen würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich die gleiche Entscheidung treffen würde. Danke fürs Zuschauen und wenn ein gruseliger Kerl euch verfolgt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.